Berichten zufolge wurde Meghan Markle, gedemütigt, nachdem die Sitcom, Family Guy, die neueste satirische Show war, die sie und Prinz Harry ins Visier nahm, und sie ist, verzweifelt, ihren Ruf in den USA wiederherzustellen. Nachdem eine aktuelle Folge von Fox, Family Guy den neuen Lebensstil von Meghan Markle und Prinz Harry in Kalifornien ins Visier genommen hat, fühlt sich die Herzogin Berichten zufolge, gedemütigt, und die selbstbetitelte Darstellung sei, völlig unfair. In dem Clip erklärt die Hauptfigur Peter Griffin, dass er sich, allein wie Meghan Markle und Prinz Harry, auf den Weg zu seiner Mission macht, während die Szene zu den Sus-Axes wechselt, die an einem großzügigen Pool faulenzen. Ein Butler macht sich satirisch über ihre »Alleingänge«, »Einstellung lustig« und erscheint dann auf dem Bildschirm mit einem Stapel Umschläge, von denen er verrät, dass es sich um die »Millionen von Netflix für niemand weiß was« des Paares handelt. Meghans Figur springt ein und sagt, es sei an der Zeit, ihren sechsstelligen, gesponserten Instagram-Beitrag zu verfassen, während Harry seufzt und erklärt, »Ich hätte den erfundenen Unsinn nicht aufgeben sollen«, womit die Show offenbar auch die Monarchie getroffen hat. Quellen aus dem Umfeld des Paares sagten gegenüber The Mirror, dass das Paar das Gefühl habe, nicht ernst genommen zu werden, und bezeichneten die Episode sogar als »empörende Verunglimpfung«. Sie behaupteten, dieser jüngste »Angriff aus Hollywood«, habe Meghan und Harry klargemacht, dass sich die öffentliche Gunst in dem Land, in dem sie jetzt ihr Zuhause nennen, gegen sie gewendet habe, da die zweifache Mutter, verzweifelt, daran interessiert sei, ihren Ruf als sie zu verbessern versucht, ihr Hollywood-Comeback. Die Quelle fügte hinzu, sie befinden sich in völliger Panik. Die Situation für die Sussexes ist so schlimm geworden, dass Meghan berichten zufolge ihren Mann bittet, der königlichen Familie zu vergeben, von der sie beide im Jahr 2020 brutal die Verbindung abgebrochen haben.